Hingesichtet. Drückt also mit äußerster Vorsicht weiter vor. Aufwand. Wo gehst du da hin? Das ist ein ganz riesiges Mal einfach. Das ist ein bisschen arm. Im Vor- und Operationsgebiet wurde ein fasziges Wasser entdeckt. Hm, mein Bild zittert beim... ...wenn ich mich drehe. Huuuuhu. Unsere Leute kriegen es einfach nicht hin, einen gescheiten Push zu machen. Ich wurde zurück mit äußerster Vor- und Fall davor. Ich bin nicht mehr aufwand. Hol dir das Medikin! Oh Scheiße, halte durch, Kleiner! Sanitäter, kann ich dir helfen? Na, na, deinen faszigen Pass, dein Urteil, das Gebiet geschichtet. So, ey, zuerst habe ich das... ...halte durch, Mann! Äh... ...hä... 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 Okay watch, bitte auf Täter. Hier ist deine erste Hilfe. haben wir deren flagge tatsächlich die haben es geschafft den die flagge wegzunehmen die kommen vom oben vom berg das heißt wir müssen deckung auf die flagge draufhalten was soll die scheiße jetzt schon wieder warum werde ich hier teleportiert die flagge wieder zurückgeholt der welchen letzter zeit aber oft teleportiert eben als ich da weg rennen wollte wurde ich einfach mal wieder zwei meter zurück teleportiert ace squad raven boah da sind doch wilde gruppen an der seite aber halt immer noch diese tippen die sich wahrscheinlich absprechen dieser nego und diese zwei ikong und alt sind wahrscheinlich so welche die sind zusammen in einem chat halt sprechen sich halt ab ja und das ist das ist die miesest am miesesten gestaltete map diese mit diesem mit dem erweiterung set rausgebracht haben sind überhaupt noch leute drin willst du mit fahren ich gehe in dem panzer nebenan nennt sich lav light armored vehicle ich gehe in den panzer des fahrzeugs nicht einmal sich mit dem panzer des fahrzeugs drehen das geht ja gar nicht geht alles Holst du mal F? Ähm, ja. Wo ist F überhaupt? Ah, da. Nice. Achtung, das Einsatzziel wurde erhobert. Ruhe. Da ist ein Lasszill, muss man mal sehen. Und dann? Abgerade sind feindlich Panzer und Panzer gesicht. Abgerade sind feindlich Panzer und Panzer gesicht. Schade, hätte ja was werden können. Warum zu helle Wettgeber ich angeschossen? Abgerade sind feindlich Panzer gesicht. Lass uns vorbeisha then. Deine Barbara ver Angeb credit. Wird die Zähne. Bist du tot gewesen? Nein. Links von uns. Okay. Ich bin nicht bei dir. Ich war nur gezwungen, aus dem Panzer auszusteigen. Bist du gezwungen? Weil der kaputt ging. Weil er die ganze Zeit angeschossen wurde. Ich will endlich einen Motorrad haben. Das kann ich dir leider nicht geben. Oh, das ist so groß. Au, au, au. Warte mal. Schnell einsteigen, wir müssen uns bewegen Ja, ich auch Rechts von uns Bei E Raus Ich bin tot Deswegen sagte ich raus Ich bin ja raus Achso Ich gehe mal aufs Klo Okay Ja, so muss es laufen War da nicht vorhin ein Inji C, C, C War rechts Ah ne, es war da vorne Links Oh, da ist ein Panzer Warum wurde mir da jetzt schon wieder Verdammtes Sound abgespielt Na ja Was ist Da Maybe Muss nicht das Motorrad Ah, da Warte Zweimal E gedrückt Nein, R Hast du's weggelegt? Links von einer Links von uns war einer Wir haben das Einsatzziel verloren Ich wiederhole Wir haben das Einsatzziel verloren Die sind irgendwo hier drin Hilfe bei Flaggenneutralisierung Einfach weil ich durchgefahren bin Nein Was hat denn da eine Mine zu suchen? So ein Müll Naja Wenn ich in der Gegend durch eine Mine fahre Bin ich glaube ich selbst schuld Genau in die Falle gelaufen Einer ausgestiegen Ist im Gebäude drin Einen hab ich down Weiß nicht wie viele noch Ich geh hinten ins Gebäude rein Finde niemand im Gebäude Nur ein Panzer der auf mich schießt Ach ja Also wieder Lass B holen Ach man ey Spielverderber Könnte sein, dass hier irgendwo noch ein Sniper hockt Ich spring mal rum wie ein aufgescheuchtes Huhn Um Aufmerksamkeit auf mich zu lenken Dann kannst du ihn ja schießen Ich sterb sowieso immer in letzter Zeit Äh Was denn? Was äh? Äh nix Aus Lass gerade noch den Punkt hier einnehmen Dann gibt es wenigstens noch ein paar Punkte Torraten, 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 Torrat Spielen wir D an Raus Aufpassen Hier drinnen könnte ordentlich Feindbewegung sein Siehst du jemand? Nee Okay Wir haben auch irgendwie keine Gegenwehr mehr Gegnerschein aufgegeben zu haben oder so Motorradfahren? Ja Wir haben den Einsatz der neutralisierten Aufmerksamkeit Miep Müde? Nein nur körperlich Achso Ich wollte einfach mal aus Spaß durchfahren aber Können auch gerne rausgehen Ich hab mich mal hier im Panzer versteckt Da ist sicherer Äh Lass Motorrad nehmen Da kann ich von einem Gebäude runterspringen Krieg keinen Schaden Spring ich woanders einen Meter tief runter Pam Nee Habe ich nur noch 20% Leben Lass zur B fahren B ist der einzige Punkt der uns nicht gehört Nee 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 Wenn ich fahren könnte Inkompetent Ich gehe mal das andere Ich glaube wir haben gleich gewonnen Sehr merkwürdig Weißt du wen ich gegen wer Boah jetzt brauche ich schon mal ne Pause Bis dann Leute